Sie kennen klassische Optionsscheine, wissen jedoch nicht, was Turbo-Optionsscheine sind? Grundsätzlich handelt es sich bei Turbos, wie bei allen Derivaten, um Inhaber-Schuldverschreibungen. Das sind verbriefte, übertragbare Forderungen gegen den Emittenten, also den Herausgeber. Sie leihen dem Emittenten Geld mit Ausblick auf Rendite. Inhaltlich stellen Turbos das Recht dar, bei Fälligkeit einen Basiswert zu einem festen Basispreis kaufen oder verkaufen zu können. Zur Anlagebasis von Turbos gehören Werte wie Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen. Mit Turbos Long setzen sie auf steigende, mit Turbos Short auf fallende Kurse. Alle Turbos sind mit einem Hebel ausgestattet. Das heißt, sie reagieren überproportional auf die prozentualen Veränderungen ihres Basiswertes. Denn der Hebel bewirkt stets eine bestimmte Vervierfachung der Basiswertentwicklung. So können mit vergleichsweise geringem Kapital überdurchschnittliche Gewinne erzielt werden. Die besondere Höhe des Hebels ist das entscheidende Merkmal, das Turbos von klassischen Optionsscheinen unterscheidet und attraktiv macht. Da der Hebel jedoch in beide Richtungen wirkt, steigt mit seiner Höhe auch das Verlustrisiko. Ein weiteres Merkmal von Turbos ist, dass im Gegensatz zur klassischen Variante Faktoren wie die Volatilität des Basiswertes und die Restlaufzeit nur wenig Einfluss auf ihre Wertentwicklung haben. Das macht Turbos transparenter und verständlicher. Bei einem Investment können sie sich so auf die Entwicklung des Basiswertes konzentrieren. Dabei sollte stets auch das Knockout-Risiko beachtet werden. Sobald der Kurs des Basiswertes den Basispreis erreicht oder verletzt, verfällt der Schein wertlos und es kommt zu einem Totalverlust. Betrachten wir die Wertentwicklung von Turbos anhand eines sehr vereinfachten Beispiels. Wir erwerben einen Turbo Long und, zur Verdeutlichung, einen Turbo Short. Beide setzen auf den DAX mit einer Laufzeit von einem Monat. Die Höhe der Hebel liegt aktuell bei 10 und der DAX bei derzeit 7100 Punkten. Der Basispreis unseres Turbo Long notiert unterhalb des aktuellen DAX-Kurses bei 6500 Punkten. Der unseres Turbo Short dagegen oberhalb bei 7700 Punkten. Zur Erinnerung. Würde der DAX-Kurs den jeweiligen Basispreis berühren, käme es sofort zum Knockout. Der aktuelle Preis des Turbos ergibt sich in etwa aus der Differenz zwischen dem aktuellen DAX-Kurs und dem Basispreis, multipliziert um das Bezugsverhältnis, das beim DAX bei 0,01 liegt. Beim Turbo Long heißt das somit aktueller Basiswert minus Basispreis mal Bezugsverhältnis gleich Turbopreis. Beim Turbo Short hingegen Basispreis minus aktueller Basiswert mal Bezugsverhältnis gleich Preis. Der Kurs eines Turbos verläuft fast identisch mit der Entwicklung des Basiswertes. Stiege der DAX auf 7500 Punkte, würde unser Turbo Long um 65% zulegen und lege nun bei rund 10 Euro. Der Turbo Short würde in dem Fall um 65% verlieren und wäre noch etwa 2 Euro wert. Fiele der DAX jedoch auf 6700 Punkte, dann verliere der Turbo Long um 65% und lege nun bei 2 Euro. Unser Turbo Short aber würde um 65% zulegen und bei etwa 10 Euro notieren. Für welche Variante und Produkteigenschaften Sie sich entscheiden, hängt ganz von Ihrer Anlagestrategie und Markterwartung ab. Für die Wahl des passenden Produktes haben Sie die Möglichkeit, sich auf dzbank-derivate.de zu informieren. Den gewählten Turbo Optionsschein können Sie dann über die Börse, zum Beispiel mit dem VR Profi Broker der Volksbanken Raiffeisenbanken, ordern. Mit den Volksbanken Raiffeisenbanken und der dzbank AG als Emittent haben Sie dabei stets kompetente Partner an Ihrer Seite, um Ihre Anlagestrategien optimal umsetzen zu können. Sprecher town Sprecher town Sprecher town